Das Freiheitliche Bündnis konnte ins Spital an der Drau um 2,85 Prozent zulegen und hält jetzt bei 63,28 Prozent. Die Partei der Heimat verlor 3,09 Prozent und liegt jetzt bei nur 27,91 Prozent. Die ESD gewann 0,04 Prozent dazu und hat nach dieser Wahl noch 5,49 Prozent. VSV gewann 0,33 Prozentpunkte hinzu und liegt jetzt bei 1,69 Prozent. HGAA verlor 0,14 Prozent und liegt jetzt bei 1,62 Prozentpunkten. Der Wählerauftrag ist eindeutig und das Freiheitliche Bündnis für Österreich wird erneut dem Bezirksvorstell stellen. Mit drei Mandaten können Sie eine stabile Regierung ins Spital an der Drau garantieren.